Herzlich Willkommen bei mir. Hi, komm, komm. Schön, dass ihr da seid. Reinspaziert bei uns. Hier habe ich viele Arbeiten reingesteckt, damit ich am Schulwohl fühle. Hier ist die Küche. Wie man an unserem Schühlschrank ziehen kann, vegan. Und hier höre ich auch Musik und so weiter. Also hier freue ich mich voll und ganz. Also hier oben habe ich jetzt, den Keller habe ich noch weiter, 150, 130 Paar Schuhe. Hier sind wir von dem Wohnzimmer. Ich habe dir jetzt alles gesehen.